Vielen Dank, Simon. Welcome to the Church of the Embassy. Let's go. Hi. Jetzt ist es wichtig, dass ich Deutsch mit Ihnen sprechen kann. Ah, das ist so gut. Good to see you again. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Herzlich willkommen. Danke schön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident. Perfekt German. Nein. Ich habe sieben Jahre im Land Deutsch gelernt. Seit 30 Jahren. Ja, ja. In Bornav-Antolinochschule, in Izmir. Ah, hier in Izmir. In Izmir? Aber ich habe es kein Praktisch seit 30 Jahren. Aber es ist gut, ne? Er hält sogar Leben auf Deutsch, ne? Er ist delivering his speeches. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. See you. Hello. Thank you for coming. Thank you. And you. See you again. Ich spreche mit Ihrem Präsident. Auch interessant, jetzt gerade mit dem Traktisch. Ja. Danke. Vielen Dank. Danke.